Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu UNO! Da geht das Gelänke grad wieder los, Tom. Und was war im Spiel? Oh Gott. Der war so schlecht. Der war so schlecht, Tom. Das ist gut. Was? Jetzt schon? Alter, ehrlich. Ehrlich? Er liegt gleich. Ja, Lotting. Och, Moni! Moni! Hab ich gerade um und doppelt gehört? Was? Hab ich gerade um und doppelt gehört? Ja, hast du laut geschrien, dass du dann... Wir haben weniger Karten, ja. Dass du sein eigenes Echo gehört. Moni oder Tom? Äh, Moni. Na, Tom. Komm, Tom. Ja, Karten sind super. Ja, finde ich auch. Das ist der Hammer. So, Moni, danke. Ich geh den schon mal. Ja, ciao, Tom. Ciao, Dani. Was? 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 Alter, ihr habt eure Aussetzkarten, ey. Ja. Wir haben zu wenig davon. Ich höre auch mal Karten. Eins, zwei, drei. Hört ihr das? Ich höre die ganze Zeit nur so... Schlöcke! Also, ich höre nur Mimimi. Ich habe keine Ahnung. Oh, oh. Oh, oh. Gott, Alter. Alter, der Tom, ey. Katha, das kriegst du fünfmal zurück. Was? Warum? Katha, kannst du mal kurz nebenan gehen? Soll ich klopfen und klingeln und die Tür eintreten? Richtig knallen muss es. Scheiße, du musst ziehen. Moni, wir werden sonst leider nicht zur Gamescom-Szene, habe ich gerade das Gefühl. Wie? Ja. Och, Dani, was ist da los? Hast du kein Rot? Na, ich hab das. Ich hab Angst, dass er Tom mich haut. Ach so. Was ist denn denn so noch weitergegeben? Zählt das jetzt wieder Bombe? Ja, klar. Ja, also die zählt, wenn du jetzt ziehen musst. Nee, ich dachte gerade bei der Karte auch. Nee, nee, die zählt, wenn du ziehen musst. Wer ist dran? Ach, ich? Ach, Dani. Ach, Dani. Ach, Dani. Ich muss das ziehen. Du sch... Scheibenwischen. Ach, wisst doch was? Ich bringe noch ein bisschen frisches Luft. Äh, frisches Luft. Äh, frisches Luft. Äh, frisches Luft. So, kann ich so leben. Ja, alles klar. Okay. Hey. Hey. Uhhh. Ach, Dani. Sei still. Uhhh. Hahaha. Hahaha. Also, Tom. Na? Tom, was ziehen wir denn? Ja, zwölf Karten. Was ist denn los? Oh! Toll, Dani. Ja, toll, Dani. Danke. Gerne. Gerne, gerne. Hab Gott es wieder können. Nachdem du auf das ausgeschlossen worden hast, du dachtest, ich mach sie mal mit, aber nein. So schaffst du das auch noch? Äh, da. Das ist ja dann gut. Na, toll. Was denn? Nichts. Hab ich dir deine gute Kabel kaputt gemacht? Ich will immer nur dramatisch wirken, weißt du? Was? Was? Ich mach beim Frischen mit mal mit. Alter! Alter, wunderschön. Könnt ihr euch das mal bitte überlegen, bevor ich hier die ganzen Karten abarbeite, mich in jedes Mal kriege ich... Hahaha. Das wäre sehr nett. Wo die Arbeit ist immer. Jedes Mal kriege ich den übelsten Batzen, arbeite den runter und dann wird getauscht. Hahaha. Hahaha. Ach, Mensch. Hast du was? Bitteschön, Dani. Das ist nicht mein Problem. Ach, Tom. Schöne Karten. Toll, Tom. Danke. Oh, kann auch schöne Karten. Ja, Dani, zieh nochmal zwei, dann ist besser. Ach, fick dich doch. Bitte was? Jetzt nicht, vielleicht später. Nein. Ach, Dani. Ich kack dir bitte in die Schuhe. Was? Du warst das das letzte Mal. Ich dachte, das wäre die Katze von nebenan gewesen. Nein, nein. Ja, es war noch warm, also war noch angenehm. Ooooooh. 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 War gestrichen voll. Ooooooh. 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 Ist das nicht wahr, oder? Was denn? Ist das jetzt dein Scheißhack im Ernst? Moni, du arbeitest immer so schön ab. Ooooooh. 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 Oooo. Wie gut. Kann nicht sein, ey. Ach, Moni. Herrlich, Herrlich. Ziehen sollst du. Das zum Geht nicht mehr, ey. Larschst du jetzt vollkriegen. Von wem? Nee, also nicht. Du fragst du den Dani, ob der plus 2 ist. Hast du mich auf alle? Kann nicht sein, ey. Ach, Mann. Du hast du plus 4? Oh, oh, der Tom hat seine Garte behalten. Interessant wäre es auch wenn man sagen könnte du und du nimmst die Karte anstatt sagen hier ich nehme deine Karte. Oh ja, ich würde so lieben. Oh Gott, ja. So was will ich haben. Das wäre, das wäre auch interessant. Oh ja. Ja, bomb. Ich muss aber echt Tone geben. Ich muss jetzt so Moni und Tom tauschen lassen. Moni hat sie freundlich zu bleiben. Ah, dann hast du halt der ganze verkackten Plus gehabt, neher. Moni! Hey! Warum? Ja, die sind nicht besser. Ich nehme mal die da. Ja, alles klar Tom. Ja, danke Tom. Weil cool sind die bestimmt nicht. Aber, ja, einmal ziehen reicht. Ja, das gleich nochmal. Jo, alles klar Dani, einmal ziehen reicht. Ja, verdammt. Also ich könnte übrigens eine Art weiterleiten, ne. Ah. Falls ich an Kata rechnen möchte, Moni. Ah, hallo? Hallo? Aha. Hey schon. Kata, äh, falls du dich an Moni rechnen willst, ne. Ich hab da was. Was? Oh, Dani, Alter. Ja, Dani, weißt du. In alle Richtungen macht er sich Feinde und Freunde, weißt du. Ja, man hat ja alle aufspielt, weißt du. Wo er guckt, wo er bleibt. Na ja. Na ja, Moni, ich hätte da, oh, Kata, ich hätte da. Na ja. Tom, wir werden uns zwar nie begegnen, aber hey, ich hab da. Ach, Mensch. Ach, weißt du's. Dann ist, ah, komm auf! Hä, hält eh nicht, wie lange der sich in mir fährt. Danke. Ja, klar Tom, danke. Ha! Ha ha! Hä, ich hab doch O gedrückt. das kann auf jeden fall nichts an du drückst einfach und das auch sie hat auch gesagt ich wollte eigentlich nur karten weitergeben das ist schön dann nicht ausnehmen ist ein kleiner auch doch die zähne unterschied kann es leider gerade nicht tauschen was was so voll machen dann die karte weg dann fährt sie persönlich zu dir ja das schlimme ist und dann macht ihr mal keine gedanken ich würde ihr aufmachen alter tom das finde ich jetzt aber nicht gerecht ja ich weiß nie was du meinst kann bitte mal jemand auf gelb wechseln freund wieso hast du kein rot doch guck ich hab rot ach die runde sollte ein bisschen länger gehen ja die geht schon zu kurz wenn die runde doch zu lang gehen eigentlich 20 minuten ja klar gibt mir vier und noch mal drei er muss sich ja lohnen hat da weiß ich mach keine halben sachen ja hast recht es geht mit dem tschuldigung gar nicht muss meine karten los werden weil wenn es ist eine einzelrunde ja ernsthaft ich komme gleich rüber ja warte doch leg mal ne blau oder ne gelb ich sagte blau oder gelb aufkommen ich habe ich nicht in der farbe das ist keine schwarze moni hat mir alle weggenommen ah danke moni gelb ist super zugeschissen mit den karten der blau welt nicht schlecht dann wünsche ich mir eine moni hast bitte kater dafür ich kann nämlich anders ich höre schon das auto warte moni ich mach gleich auf so eine scheiße die behalte ich jetzt kann ich einsatz dann noch mal machen ich habe keine ahnung habe ich geschenkt bekommen hast du die von der moni moni du sagst mir einfach nachher per whatsapp was ich tun soll Tom Tobi und ich halten ihn dann fest ich habe Befürchtungen ich nicht mach mal ein Richtungswechsel du willst noch ein Richtungswechsel ja ja ich wollte auch mehr Garten jetzt kriegt die auch noch so eine Kabel können wir wieder einen Richtungswechsel bitte machen nein doch sonst kling ich wieder die ganze Trescher ab nachher hin warte hier danke der hat aber auch alles im petto weißt du so ja toll danke passiert noch nichts ja ich weiß also ich wäre mal dafür oh komm danke ja sag ich ja toll danke ja ja bitte Kata oh was Tom ich habe übrigens noch eine plus 2 gehabt und eine 0 ey verrat doch nicht alles wegen dir schon braucht doch nicht wissen was ich auf der Hand habe oder in der Hand der Tani ist eine ganz schöne Pätze oder ja echt weiss ne ich versuche nur vorteile zu erringen Männer das hat nichts mit vorteile zu tun das bringt dir ja eh nichts wenn du die ganzen Leute verpässt aber wer weiß Fetze Fetze Nachher Finde ich Scheiße aber auch warum nicht ja toll ja toll ich will mal ein bisschen was mit arbeiten alter ehrlich ja Mensch was habe ich aber auch für ein Schwein na schade recht haben aber b muni oder macht hin alter oder das ist da war ja was würde die richtung ändern wäre ich sehr dafür alter danni hat plus zwei karten zwei stück ich habe im windows aber die null und die sieben sind schon aus dem weg raus noch 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 bis jemand ziehen muss es geht los ja zumindest von denen was man die alle nur ganz brav anständig ja noch noch eine reserve denke ich mir das ist eine schöne aktionskarte glaub ich dir ach Tom hat seine aufbehalten warum sitzen eigentlich Tom und Dani nicht nebeneinander sag mal her das wäre super gell ich bin ich gut Tom sagt gar nichts mehr was ist da los also sobald ich bei mir die bildschirme ausmache leckt bei mir der fernseher also das ist bei mir ganz komisch ne sobald ich die bildschirme ausmache leckt bei mir der letzte bildschirm ja aber du brauchst doch die bildschirme zum spielen ist das jetzt dein ernst nein ach mensch die anderen beiden ich weiß schon dass du heute auf der couch schläfst ach herrlich herrlich das ist ganz komisch ja ganz komisch ja mir egal mir auch Hacker oh was kann das was ja deswegen behalte ich solche Karten deswegen hab ich die behalten und nicht du ja es sind immer Dani seine Karten weißt du ja 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 so ein Arsch da tut er sich mit wie war es mit Franken Federn schmücken oder? mit fremden Karten schmücken ja ja ach herrlich herrlich ach mensch danke bitte ach man was sollst du kriegen noch zehn stück ziehen nix gibt's vorlieg ich die andere Karte wie war das mit den noch zehn stück ziehen bitsch batsch bitsch batsch Dani hat alle in der Quatsch ja ja ach Tom echt ach Mensch Kata es tut mir leid aber ich auf die Farbe ne Kata es tut mir überhaupt nicht leid aber ich muss das jetzt sagen ich pinkel in deinen Tank ey das ist abgeschlossen was na klar na klar na klar warum denn ach dann behalte ich die Farbe doch das macht es nicht besser ich weiß shit das ist immer ätzend wenn man der einzige ist mit am wenigsten Kappen das ist ein hektiges Arschloch ehrlich ey so ein Dreckschlipper boah boah so ein Verräter ey das hat doch nix mit dem Verräter zu tun richtiges Kameradenschwein Moni und sowas hast du in deiner Freundschaftsliste ey boah wie er da doch lacht nein 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 oh Dani da noch mal Haut möchte ich nicht stecken wenn ich die Moni sehe ah wie groß genug das geht schon Alter nun was da können noch vier kommen nur weil ich einmal einen guten Zug hatte ne ne gar nicht jetzt habe ich einmal im Spiel eine gute Karte einmal guckst du dir an mit 13 Karten ja guckst du dir an Dani das hätte meines sein können toll Tom toll Tom danke ah ja super oh ist ok ja wir hatten jetzt meine Karte der Moni hat sie glaubt jetzt kann meine Karten wieder egal ist immer meine wieder was hab ich denn mein Defekt erreicht so schön dieses rumgetausche jetzt weiß jeder was jeder da klingst hat kann er halt wie bin ich gemerkt weil schön schön oh fuck oh ist das ätzend ah mehr bitte ja hast du noch mehr ja hast du noch mehr ja hast du noch mehr Katas wir haben den wenigsten Karten wir wechseln ja klar Tom hör auf deine Frau Tom hör auf deine Frau Tom hör einfach auf deine Frau ich muss ja ich muss genau schläf mir eh auf der Couch aber ich will sie doch wieder haben toll jetzt wo ich sie abgearbeitet habe ja toll danke abgearbeitet was eine Karte gedeckt ich hab's abgearbeitet komm rächt dich rächt dich ich geb dir die Chance ja ja danke da ist eine Sprinne zum brechen ja das ist ja das es ist zum brechen so scheiß dann die blau irgendwie sowas äh jo ja warum spielt denn ihr zusammen ich mach gleich aus ihr spinnt wohl ich glaub es hakt okay was warum oh man ja Cutter ja das ist egal gib ich weiter nein ah oh ach ist das Hast du da noch was? Moni? Toll Tom, danke. Ja, dankeschön. Hast du sehr gut gemacht. Hier, mit Dank zurück. Danke, Dani, toll. Ach ja, was hast du denn, du, Kada? Jetzt geh dich ein Scheißdreck an. Warte, ich komm kurz für den Stream. Was? Nein, nein, nein. Oder doch? Was? Ich hab nur Asse drauf. Ich hab alles, nur das nicht. Oh, was für ein Zufall. Toll. Jetzt kommt's gleich wieder. Oh, ey. Te-te-te-te-te-tele. Hast du noch so eine Pluszwei? Was? Oh, schade. Können wir mal nen Richtungswechsel machen? Vielleicht. Ja, ich bin mal dafür irgendwie. Ich weiß nicht. Ach nee. Alter. Die Runde geht schon eine ganze Weile, kann das sein? Ah, das habe ich nicht so das Gefühl. Ach, Quatsch. So ein 3-Stunden-Special umsieht. Ach, Quatsch. Aber mit 40 Minuten sind wir schon dabei. Oh ja, läuft ja. Ja, ja. Boah, ernsthaft. Gebe ich weiter. Viel Spaß. Toll. Scheiße. Oh, Karada, kannst du dich jetzt push machen. Oh ja. Oh oh. Mhm. Haut rauf. Ich sagte, haut rauf. Ding Dong, für dich klingelt es gleich, Daniela. Was denn? Können wir mal einen Richtungswechsel machen? Ja, ja. Zeig mal her. Ja, bitteschön. Moni? Tust du mir einen Gefallen und rächtst dich beim Dani? Oh, ernsthaft. Ich habe das Gefühl, die Runde wird ewig dauern. Hä? Das war übrigens die Karte, mit der ich vorhin die Plus weitergegeben habe, ne? Ach so. Deswegen sage ich immer, die Karte aufheben. Ja, damit sich der Dani die nachher wiederholen kann, weißt du? Nein, Moni. Tom, komm, was Gutes. When you call my name. Oh. Uno. Puh. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich auch nicht. Ist ja auch nicht. Das ist ja nicht so toll. Oh, no. Oh, no. Was machst du damit leider? Welche Farbe hast du denn, Dani? Geh dich den Scheißdruck an. Krieg dich. was sagt man nicht nicht warum das ist nur eine aufforderung zu selbstbespaßung eigenbedarf und so was aber dafür brauchst du doch keine aufforderung das kann sie doch machen wenn sie möchte gelüste habe er ja das geht auch ohne konnte dann kann ich eine karte die ich legen kann danke schon so ruhig ich bin das wirklich nicht okay das ist dann ist schuld 22 noch ja ich weiß auch da nie da nie war es da nie war es richtig bis zur nächsten runde und das wird glaubt die letzte war ist ich habe verlassen gedruckt ja dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder in einer neuen runde von bra bra bra